Ich bin nicht mehr weg. Ich bin trappet gewesen. Es ist ein Trapp. Ich habe es halt dann riskiert, dass ich nicht hochkomme. Dann bin ich nicht hochgekommen. Dann hat er mich aber irgendwie trotzdem weggeholt. Dann dachte ich mir, okay, dann jump ich mit meinem Flauberry-Juice weg. Weil ich das irgendwie bei Gegnern immer voll schwierig finde, wenn die den haben. Die dann zum Treffen. Wenn die so rumspringen und sich den gleichzeitig reinhauen. Aber ja. Dann konnte ich nicht mehr bewegen. Ich möchte dazu sagen, jetzt grundsätzlich warte ich jetzt nicht mehr drauf, bis du da bist. Dass ich uns healen kann. Aber im Endeffekt bist du dann noch schneller da. Also da mache ich mir auch keinen Gefallen damit. Du blödes Arschloch. Wir zwei sprechen uns schon mal. Schon recht. Da können wir eins gegen eins in Retails reingehen. Mhm, dann zeige ich dir mal, wie der Hase läuft. Ja, wenn die Runde nicht läuft, dann machen wir das. Dann machen wir das mal. Was ist denn Retails eigentlich? Retails, ja. Das ist so eine private Map. Aber wie groß ist die? Ja, so ein ganz kleines Dorf. Das ist aber eigentlich mit Bauern. Das kann ich zwar eigentlich nicht, aber... Verpiss dich mit Bauern. Ja, ich kann das auch nicht. Musst ja auch nicht bauen. Ich kann ja auch ohne sagen, wir bauen nicht. Das haben wir ja immer gespielt, wo wir zu 6. Ron waren vor ein paar Monaten. Ach so, das war das. Aber das ist ja kein Dorf, oder? Das ist ja eigentlich nur ein 4. Das kann ich kosten. Ah, nee, nicht das. Du meinst, nicht das. Du meinst, der Pit. Ähm, mein ich das? Ja. Hier ist ein Sniper. Ob schon, Sniper. Ich... Bis Zukunft. Das ist eine blaue, aber ich habe jetzt eine grüne. Aber die blaue hat auch wieder kein Sniper. Komm, ich snipe dir jemand. Oh, ich habe ja gar kein Sturmgewehr, Louis. Der ist da oben. Aber wo ist mein Homeboy? Wo war'n der? So. Ach, von dahinter schießt der. Ah, jetzt habe ich Sniper auspackt, jetzt läuft der. Der ist ja im Bulldog rum. Oh, nix... Digga, ich sehe ihn nicht mehr. Was macht der denn auch? Hinten gehen muss wieder. Hätt sie da jetzt easy verpissen können. Hundert da. ich verstehe unter tot verstehe ich tot dass er dann tot ist ja ich dachte muss ich bei dir bringen es ja nichts weil du bist gleich wieder tot ein schuss ein schuss macht und kriegt ihn wieder der ist so schön reingelaufen die headshots sind echt viel zu easy in dem gelben ah da hinten man hat jetzt geschossen Da unten irgendwo. Jetzt muss ich aufpassen, dass noch ein anderes Team kommt. Ich hätte eigentlich die zweite Sniper mitnehmen können. Oder auf den Zug drauf. Jetzt bin ich wieder... Jetzt bin ich wieder unten. Das war jetzt auch nicht so smart. Ah, da vorne! Tod? Ja, du bist wieder weg. Ich hab doch geschossen! Hier. Du bist überhaupt nicht weit weg. Im Busch oder hinterm Stein? Hinterm Stein. Jetzt ist da der Baum, dass ich keinen Endling hab. Ach, da! Digga, ich hab halt keine... Ich hab halt keine Dinge, mit denen ich auf ihn schieße. Wow, wow, wow! Ich hab keine AR... Andere Seite auch noch jemand! Ja, ich hab keine AR mit... Digga, ich treff ihn einfach nicht! 100er! Fluttermann! Ach, das sind Bots! Digga, der ist irgendwo jetzt... Hat sich hier runter verpisst. Aber der hat einen 100er weg. Der eine ist da oben. Was? Hast du den anderen schon finisht? Da war ja... Einen hab ich ja noch gehabt. Ach, da unten. Da. Wo hast du das du gehört? Hinter uns? Ach so. Wo snipest du hin? Hinter unser Berg? Ja, aber wo? Ich seh den nicht. Ist der da am... Ist der am... Ach, da oben läuft... Hä? Wo ist der hin? Doch, der hat Fragezeichen gehabt. Das eine war ein Bot, die haben die anderen nicht. Bei mir war die Frage... Ich hab nur einen gesehen mit Fragezeichen. Hä? Mit Lust? Na ja, das sowieso. Okay, die anderen hier haben sich verpisst. Einen hab ich gefinisht. Ist schön da frech, dass du mehr Kills hast als ich. Ja, das ist einfach nur... Ganz logisch erklärbar. Naja. Wieso kriegen die die Scheiße sein? Kriegen die Kills oder was? Wow! Komm hier, komm hier rüber. Komm hier rüber. Ich seh den hier nicht. Nee, der ist da unten. Es ist bloß einer. Naja. Bis jetzt schon. Den zweiten seh ich noch nicht. Hä? Im Basso unten, oder? Oh, jetzt geht er genau in die andere Richtung. Alter, der will wieder genau in meinen Schuss reinglaufen. Der hat jetzt Glück gehabt. Ja. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Dann nehmen wir noch Loot. Ähm. Willst du nicht in die Zone? Ah, Sniper. Komm. Ja. Die Lieder ist netta. Ja, die hat ein Visier. Die Lieder ist netta. Ja. So ein Medikit irgendwo. Ich hab gesehen. Ich hab drei. Ja. Danke fürs Aufschauen. Du musst schon schauen. Links oben. Ich schau immer wieder auf dein Leben. Achso, ja. Das kann ja nicht. Möglichst rausgehen während dem Spiel. Das ist eine Sekunde hoch schon. Das ist eine Sekunde hoch schon. Brauchst du, oder wie? Ne, ich sag's gerade zum Spaß. Ach, ich hätte dich. Friesen, hä, in deinem bläden Schädel. Du kannst mir einfach schaden, wenn du das brauchst, gell? Ja. Ich bin zu schlecht aufs Aufschauen mit anderen. Ja, da ist es sogar noch medischer, ja. Also lege ihn jetzt weg. Naja. Oder... Ich weiß gerade nicht, ob ich die Trommel... Ja, egal. Ich probier jetzt mal die Trommel aus. Links Schüsse. Ja, da lauf ich gerade hin. Aber hier war noch irgendwo Lied hier oben. Hä, wie hab ich den Geist schon... Ah, da. Den hab ich gemeint. Ah, das ist da dahinten. Ah, das ist da dahinten. Ich seh bloß Loot. Da liegt Loot. Ich weiß nicht, ob die da waren. Tigger. Blarberry Joes. Den lila Schokern, die Neue. Ah. 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 Äh, Zone. Lass mal die Zone. Aha. Ok. Vorhin! Wo? Ah, Steps, ui. Der hat, der hat gut gefressen. Digga, der hat mich gerade Ultra weggebäumt. Komm, kommenter, kommenter. Hilf mir, hilf mir, hilf mir, hilf mir. Ich hab gesagt, kommenter. Ich muss doch gerade selber erstmal hochkommen. Schnell, wo ist denn jemand? Wo bist du? Am Dach. Da. Ich sag noch, kommenter. Ich war mitten im Fall zwischen zwei Leuten. Wo soll ich denn wegrennen? Da sterbe ich nur, wenn ich nicht zurückschieße. Ich muss ihn ja wehren. Ich weiß schon, du bist überfordert. Warte, bleib. Hast du... Ich popp. Warte, überfordert. Ich hab dich fast zum zweiten allein geholt. Den anderen hast du noch anpusten müssen. Ja. Den ersten hast du bloß anpusten müssen. Und der zweite hab ich schon auch mitgeschossen gehabt. Da hast du vielleicht die Hälfte runtergeschossen. Bro, get on my level. Ja, genau. Ja, genau. Da ist noch ein lila Sniper. Nimm die mit. Ach, Mann. Da. Ein P. Warte. Ist auch noch ein Sniper? Ne, das ist kein Sniper. Wo ist die? Hier oben. Markiert, stell davon. Ich seh die Markierung leider nicht. Ich hab schon lila Sniper. Kommt mal grad. Aber die MP wär interessant. Und wir sollten in die Zone. Ich weiß. Was? Boah. Vorher uns muss irgendwo ein Gegner sein direkt. Ja, auf der Ding. Geh mal rechts rum. Kommt ein bisschen Lama. Ich dachte gerade, das wäre eine Schockquelle. Dachte ich auch kurz, der Ding. Oh, es geht da zu ewig. Ach, die bleibt da stehen. Naja, fürs Arsch. Fürs Arsch, genau. Ich mach vielleicht sogar mal eine letzte Runde. Dann sollten wir jetzt besser einen Win holen. Das musst du mal dir ins Gesicht schreiben. Bro. Wie viel Käse hast du? Ja, jetzt einmal. Und ich... Wir vergleichen am Ende den Schaden. Manuel. Ja, aber da bin ich ganz weit vorne. Sag ich dir ganz ehrlich. Glaube ich nicht. Ja, das ist klar. Aber da lege ich mich... Da lege ich meine Hand da für uns vorher. Ich lege meine beiden Beine, ja. Weil ich bin Leon, der Slalom-Dribbler. Du... Du drippelst höchstens dich selber aus, indem du dich selber tunnest. Hm.